hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen video und heute spielen wir mal wieder auf dem server gommel hd funk.net und wir spielen mal wieder wie gestern badwars und wir spielen machen wir mal äh trio klingt glaub ich ganz gut ich geh mal da ist voll da ist voll da ist noch nicht voll okay okay wir gucken mal wo wir sind ich bin bei den jungs hier und ja ich will auch was ja ich gehe mir erstmal blöcke kaufen auf jeden fall vielleicht vielleicht ist es für euch jetzt auch langweilig wenn ich heute schon wieder badwars spiel aber vielleicht auch nicht aber ich weiß es ja nicht ich baue jeden fall mal kurz unser bett ein dass wir jetzt auf jeden fall ziemlich wichtig wenn nicht mal unser bett einbauen würde dass wir also es wäre ziemlich wichtig wenn ich mal unser bett einbauen würde aber ja das tue ich ja grad und ich hoffe mal dass unser bett nicht so schnell zerstört wird 4 eisen 4 eisen ich kaufe mir mal ein goldschwert rüstung und wir haben es damals eigentlich soweit auch passen ich habe müssen wir mal nochmal wieder blöcke kaufen nimm gleich 64 dürften reichen dürften reichen ich baue noch mal kurz zu halbwegs ich dachte gerade ich kann in den kessel reingehen ich gehe einfach mal rüber mit unserem knockback stick okay dann habe ich jetzt mal auf jeden fall mal schön gekillt ach der rennt schon das kriege ich eh ich habe nicht gekriegt okay dann gehen wir mal gucken wo gibt es denn noch welche ich darf mal nicht so viel rennen weil ich finde immer mann ich aber das wäre nämlich problematisch wenn ich wenn ich meine hohe können für das wäre ein bisschen doof irgendwie vergesse ich heute immer was ich sagen will ach das ist team grün sieht eins zu uns aus wie unsere insel wahrscheinlich ist unsere insel aber wir sind gelb ich gehe mir erst mal ordentlich ding holen und ich hole mir mal von unserem team jetzt ich darf nicht sterben ach so ich dachte die ganze zeit da schießt einer auf uns aber tut er wohl doch nicht das war der pfeil der rumpackt ich warte eigentlich darauf bis ich gerade ein bisschen regeneriert dass ich nicht so wenig kerzen habe aber ich nehme mal mein schwert in die hand und versuche mal irgendwelche leute zu killen also ihr habt richtig gehört ja ich versuche es ob ich schaffe ist nicht zu 100 prozent klar ja ich habe ihn also team rot gibt es noch aber ich weiß nicht wo team rot ist aber ich glaube der ist von team rot irgendwo ist ein runter gefallen der mich kehrt grad ja ist doch gut gut ja ich renne weg ich renne doch schon ich renne doch schon ich geh doch mal weg wir haben kein bett mehr ist der typ immer noch hinter mir jetzt betteln die sich das ist gut ach der ist von meinem team ok ok der ist tot scheiße tschüss ok bisschen dumm von mir mal wieder aber immerhin habe ich heute mal länger ausgehalten wie gestern in den längern übrigens heute geht das video wahrscheinlich nicht ganz so lang weil es gestern eine stunde gedauert hat bis ich es hochgeladen habe ich weiß nicht warum das immer so lang dauert aber kommt gewohlen es ist sp�? martel guck mal da hat einer einen mordardos gen gestern hatte eine den ski von thumb jetzt hat einer da den ski Scheiße. Geh doch mal weg hier. Wo ist denn dieser Spawner? Hier ist Eisen. Hi, Maudado. Ich weiß, dass es nicht Maudado ist, aber er hat den Skin von ihm, deswegen nenne ich ihn jetzt mal so. Wo ist denn dieses Ding? Ach, das ist da. Okay. Also ich hoffe mal, die kümmern sich drum, unser Bett einzubauen und der Typ ist direkt gestorben. Okay. Äh. Äh, so. Okay, ich hab grad überlegt. Also ich hab grad irgendwas überlegt. Ich weiß auch nicht was, aber keine Ahnung. Jetzt hab ich meinen Ton weggemacht. Ey, ich bin so doof. Also so langsam bräuchte ich auch mal Blöcke. Durfte reichen, hoffe ich. Ich baue den einfach mal, die wir unser Bett zubauen wollen, den einfach den Zugang hier schon mal zu. Okay, das darf ich nicht. Aber, aber das passt schon mal. Dann können die wenigstens hier schon mal nicht durch. Und, und ich komm hier nicht ans Bett hin. Aus irgendeinem Grund. Scheiße, Mann. Also irgendwie finde ich hier grad nix, wie ich das Bett irgendwie einbauen kann. Achso, ja, ich kann nicht von so hin, oder? Ja. Hab's geschafft. So. Jetzt kann ich mal runtergehen. Und, achso, ja. Clever. So, stimmt. Eine Spitzhacke kann ich mir auch mal kaufen. Ich muss auf jeden Fall jetzt erst mal suchen, wo dieser Typ jetzt gerade hingegangen ist. Ja, warte halt auf mich. Ich geh auf dieses Glasding hier oben drauf. Hier ist bestimmt irgendwer. Wie dieser Typ da hinten. So. Scheiße, nein. Ich hab mir nix zu essen gekauft. Das war richtig dumm von mir. Mal wieder das ganz übliche, was ich auch sonst immer mach. ähm, ähm. Äh, ja, dann halt eben die. So. Okay. Ich, Mann. Sag mal, ich bin, ich bin, ich kann heute ein bisschen, äh, ich bin halt wieder ziemlich dumm. Also, ich bin halt wirklich dumm. Ich mein's ganz, weil ich kann heute irgendwie, Bad Wars überhaupt nicht. Ich hab vorher schon mal ne Runde geübt. aber... es hat nicht besonders gut geklappt. So. Ich hab keine Blöcke mitgenommen. Ich hab nur noch ein Herz. Ach, nee. Scheiße. Alter. Aber ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das kann ein Like und ein Abo da. Ciao. Bis zum nächsten Mal.